Wenn Sie sich für Nordzypern interessieren, bin ich der erste Kontakt auf der Insel. Ich berate Sie, betreue Sie und begleite Sie in allen Phasen. Wenn es ums Thema Auswandern geht, Investieren, Mieten und Aufenthaltserlaubnis oder juristische Beratungsthemen, da können Sie mich jederzeit und meine Makleragentur immer kontaktieren. Ich freue mich und heute habe ich für Sie eine 5-Zimmer-Villa mit inklusiver Pool und voller Einrichtung vorbereitet. Also wenn Sie sich auch für Miete interessieren, können Sie uns gerne kontaktieren. Ich bedanke mich und bis bald, euer Adam. 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 Bis zum nächsten Mal.